Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Korbi, Laktartest liegt hinter dir. Wie ist so der erste Eindruck vom Team und jetzt auch nach diesem ersten Training? Ja, die Jungs sind alle super nett. Viel haben wir noch nicht erlebt, aber gut aufgenommen worden. Super Jungs, nett und das ist erstmal der erste richtige Schritt. Laktartest ist auch gut überstanden. Das ist natürlich für jeden Spieler vielleicht nicht das Schönste. Lieber am Platz, aber gehört dazu und gut, dass wir das jetzt rum haben auch. Ich habe gesehen, es liegen jetzt viele Einheiten vor euch, gerade in dieser Woche auch jeden Tag zweimal auf dem Platz oder woanders hin. Wie ist für dich persönlich so die Maßgabe, durch diese Vorbereitung zu kommen, weil du bist ja schon ein bisschen erfahrener? Ja, auf jeden Fall verletzungsfrei. Das ist das Wichtigste, dass man verletzungsfrei bleibt. Natürlich ist es anstrengend, aber das gehört dazu und es macht auch irgendwie Spaß, wenn man die rum hat und auch währenddessen. Während der Vorbereitung zählt natürlich gut zu leben, viel zu schlafen, sich gut zu ernähren und dann kriegen wir das auch auf jeden Fall hin. Besten Dank, gute Vorbereitung. Rafael, erzähl mal, wie kam der Kontakt zustande und ja, wie bist du schlussendlich hier beim FCM in Magdeburg gelandet? Ja, der Kontakt kam über einen Trainer zustande, klar. Er hat mich kontaktiert, beziehungsweise erst Herr Kalnick hat mich kontaktiert, dann ging es relativ schnell, dass ich dann mit dem Trainer telefonisch gesprochen habe. Ja, und dann wurde alles abgewickelt und letztendlich bin ich froh, dass ich jetzt hier bin. Nun ist der erste Tag im Kreis der Mannschaft schon fast vorbei. Ja, wir haben jetzt Mittag, die erste Laktateinheit liegt auch schon hinter euch. Erzähl mal, wie war es heute Morgen, als du in der Kabine gekommen bist? Wie waren die Jungs? Ja, so viel war gar nicht da. Also wir hatten ja zwei Gruppen Laktatests, die erste Gruppe war schon draußen. Also ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, natürlich jetzt kurz. Ja, aber war ganz entspannt, alles super nett gewesen, gleich herzlich empfangen worden. Jetzt mit dem Laktatest ärgerlich, aber gehört dazu irgendwo. Aber ja, gut, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt kommt der Ball dazu und da freue ich mich drauf. Ja, gut, das ist schön verница. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020